Liebe Zuhörer, ich begrüsse Sie ganz herzlich zu dieser Sendung. Sie hören ein Schweizerzeit-Interview bei Kontrafunk. Mein Name ist Dr. Philipp Gut. Ich bin Journalist, Buchautor und Kommunikationsunternehmer. Wir sprechen heute über die neuen Verhandlungen der Schweiz mit der Europäischen Union. Mein Gast ist Prof. Dr. Jur, Dr. R. Paul H. C. Karl Baudenbacher, Jurist, Berater und ehemaliger Präsident des EFTA-Gerichtshofs. Herr Baudenbacher, herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Herr Baudenbacher, Sie tun es schon wieder. Die Schweiz und die EU verhandeln über ein neues Abkommen. Dies, nachdem das sogenannte institutionelle Abkommen, auch Rahmenvertrag genannt, 2021 nach Jahren fruchtloser Verhandlungen kolossal gescheitert ist, haben die Verantwortlichen nichts daraus gelernt? Ja, es sieht so aus, als wolle man einfach mit dem Kopf durch die Wand. Man hat mit diesen Verhandlungen im Jahr 2014 begonnen. Es hat sich dann relativ rasch herausgestellt, dass es sehr riskant ist, ein solches Projekt vor eine Volksabstimmung zu bringen. Man hat schon damals gesagt, das ganz heisse Element hier ist die Unterstellung der Schweiz unter das Gericht der Gegenseite. Das heisst, unter dem Gerichtshof der Europäischen Union hat nichts damit zu tun, dass dieser Gerichtshof eine grossartige Reputation hat, sondern einfach damit, dass er nicht neutral gewesen wäre. Dann hat man im Jahr 2018 hier ein bisschen Flickschusterei betrieben und hat da noch so ein Schiedsgericht dazwischen geschaltet. Das war eigentlich nur mit dem Ziel der Kamouflage. Das heisst, man wollte verdecken, dass effektiv die Macht an den Europäischen Gerichtshof abgetreten wird. Auch das hat sich dann als problematisch herausgestellt und die Schweizer Regierung, der Bundesrat, ist im Mai 2021 zum Schluss gekommen, dass es ein hohes Risiko wäre, hier eine Volksabstimmung durchzuführen. Man hat dann die Verhandlungen unterbrochen. Und nun versucht man sein drittes Mal wieder mit einer leichten Veränderung, indem man nämlich sagt, wir anerkennen die Zuständigkeit des Gerichts der Gegenseite, des Europäischen Gerichtshofs, aber wir wollen in den Bereichen, wo es uns besonders wehtun könnte, wenn wir verlieren, Ausnahmen bekommen. Das ist jetzt also die neue Marschrichtung, wenn man so sagen will. Aber die Grundausrichtung, dass man mit dem Gericht der Gegenseite hier antritt, die ist unverändert. Und darüber können wir vielleicht in diesem Gespräch uns noch unterhalten. Ja, das würden wir gerne noch vertiefen. Wunderbar. Vielleicht zuerst eine ganz allgemeine Frage. Wie wichtig ist ein solcher Vertrag eigentlich für die beiden Seiten, für die EU und für die Schweiz? Ja, das ist umstritten. Die EU kann natürlich ohne die Schweiz leben, das ist klar. Das sieht man schon an den grösseren Verhältnissen. Gleichzeitig ist die Schweiz aber nicht so unbedeutend für die EU, wie gewisse Leute im Land nun tun. Denn seit Jahrhunderten führt natürlich der Weg nach Italien ganz wesentlich über die Schweiz. Das war historisch immer wichtig. Die Schweiz ist ein sehr wichtiger Finanzplatz, auch wenn sie in letzter Zeit da nicht so gut gelaufen ist. Die Schweiz wurde schon vor 50 Jahren als Secret Empire bezeichnet. Und sie wird auch in Brüssel als etwas Besonderes wahrgenommen, gar keine Frage. Also es ist auch kein Anlass für die Schweiz, nun hier mit einem Mangel an Selbstbewusstsein anzutreten. Die Schweiz gibt sehr vielen Leuten aus der Europäischen Union Arbeit. Also nicht nur die ganzen Franzosen und anderen, die in die Schweiz zum Arbeiten kommen über die Grenze. Es ist ganz allgemein ein bisschen ein besonderes Verhältnis. Und da muss man zwar nicht übertreiben und nicht sich da auf so herossetzen, wie gewisse vielleicht nationalistische Kreise in der Schweiz. Aber man muss auch ein normales Selbstbewusstsein an den Tag legen. Jetzt neuerdings ist es ja so, dass der Bundesrat, der diese Verhandlungen ja will, also die Schweizer Regierung von einem Paketansatz oder einer Paketlösung säuselt. Und was ist damit denn gemeint? Ja, ursprünglich war die Idee, dass man nun eine Reihe von bilateralen Abkommen hat und noch abschliessen will in der Zukunft. Und dass man als Dach über diesen Abkommen ein Rahmenabkommen abschliessen würde. In diesem Rahmenabkommen würde man insbesondere die institutionellen Fragen regeln. Damit ist dreierlei gemeint. Erstens die Übernahme von EU-Recht. Zweitens die Überwachung der Einhaltung des Abkommens. Und drittens die Streitbeilegung. Nun, nachdem man im Mai 2021 die Verhandlungen abgebrochen hat, ist man mit diesem Paketansatz gekommen. Da sagt man, ja, es wird ein Riesenpaket geschnürt. Da gehören die einzelnen Abkommen dazu, die hier drunter fallen sollen. Da sollen auch neue dabei sein. Aber dann in diesem Paket sind dann auch gewisse materiell-rechtliche Regelungen. Also zum Beispiel, was gilt, wenn ein süddeutscher Handwerker über die Grenze arbeiten will. Muss er dann in der Schweiz Schweizer Löhne bezahlen oder kann er den süddeutschen Lohn bezahlen? Was gilt, wenn jemand in die Schweiz einwandert? Ab wann kann er da in die Sozialwerke hereinkommen und hier diese Benefits für sich beanspruchen? Und Ähnliches. Ich halte die Paketlösung für nichts Revolutionäres. Das ist im Grunde genommen einfach eine Mogelpackung. Es ist einfach eine neue Verpackung. Und es trägt beileibe nicht zur Transparenz bei. Es ist ein Riesendurcheinander. Man weiss nicht genau, was kommt an erster Stelle, was kommt an zweiter Stelle. Man versucht dann auch ein bisschen die Dinge zu verstecken und vielleicht da und dort was hereinzubringen, ohne dass es die Leute merken. Ich halte das nicht für gut. Ja, wenn wir gleich einhaken, also Sie sagen, das ist eine Art Mogelpackung. Gewisse Stimmen sagen, das sei quasi alter Wein in neuen Schläuchen, aber immer noch dasselbe drin. Jetzt schauen die problematischen Punkte doch einmal an. Sie sind der absolute Experte. Sie haben, wenn ich das so sagen darf, den juristischen Laserblick auf diese Materie. Wenn wir jetzt die einzelnen kritischen Punkte vielleicht noch ein bisschen vertiefen möchten. Ein Stichwort heisst der dynamische Rechtsübernahme. Was heisst das genau? Was bedeutet das eigentlich? Ja, das europäische Recht ist laufend in Bewegung. Da wird neues Recht gesetzt. Und soweit nun ein Abkommen mit der EU besteht und die EU da gewisse neue Regularien erlässt, dann müsste die Schweiz die übernehmen. Und zwar in dynamischer Weise. Das heisst, sie könnte nicht im Einzelfall sagen, darüber wollen wir wieder verhandeln, sondern das müsste übernommen werden. Allerdings ist die Schweiz in der Beziehung nun nicht ganz ohne da, denn sie hätte ein Mitspracherecht beim Erlass dieses Rechts in der Europäischen Union. Hier muss man differenzieren zwischen einem Mitbestimmungsrecht, also mit Stimme, und einem Mitspracherecht. Ein Mitspracherecht gibt kein Recht abzustimmen, aber es gibt das Recht im Vorfeld, sich hier zu äussern. Das ist nichts Revolutionäres. Das ist aus dem EWR-Abkommen übernommen. Das haben Norwegen, Island und Liechtenstein auch. Und damit leben die eigentlich gut. Ich weiss, dass viele Kritiker in der Schweiz dieses Mitspracherecht nicht mögen. Das war für mich nie so sehr im Vordergrund. Für mich ist im Vordergrund die Überwachung und die Streitbeilegung. Und wenn man dort zu einem vernünftigen Ergebnis käme, so könnte man sich allenfalls überlegen, ob man nun bei der dynamischen Rechtsübernahme sich einverstanden erklärt. Ja, Sie haben diesen Überwachungsmechanismus angesprochen. Da ist eben dieses sogenannte Schiedsgericht dazwischen geschaltet. Wie ist dieses Schiedsgericht zu interpretieren? Welche Rolle hat es? Ja, also zunächst einmal die Überwachung. Da ist bereits meines Erachtens eine klare Falschaussage in den offiziellen Verlautbarungen des Bundesrates drin. Der Bundesrat schreibt überall, die Schweiz überwacht sich selbst. Wir haben ein Zweipfeilermodell und jede Seite überwacht sich selbst. Das stimmt aber nicht. Denn es ist vorgesehen, dass die Europäische Kommission die Schweiz jederzeit einseitig, das heisst ohne Zustimmung der Schweiz, vor dieses Schiedsgericht bringen kann. Dazu komme ich gleich. Und damit ist faktisch natürlich die Europäische Kommission die Überwacherin der Schweiz. Weil das Schiedsgericht ja dann auch an den EuGH gelangen muss. Und der EuGH ist der Gerichtshof der Europäischen Union. Also hier haben wir eine klare Einseitigkeit drin. Ich halte es für bedauerlich, dass man das nicht zugibt und dass man hier auf Dinge herumreitet, die jeder Student im ersten Semester erkennen kann. Aber es gehört ein bisschen zur Taktik, die hier eingeschlagen wird, die meines Erachtens eben weniger auf Aufrichtigkeit gerichtet ist, sondern auf Trickserei. Und dann haben wir pro forma als Entscheidungsgremium ein Schiedsgericht. Und Schiedsgericht klingt natürlich irrsinnig gut, vor allem in den Ohren der Schweizer, weil die Schweiz ein alter Schiedsplatz ist. Die Schweiz ist einer der erfolgreichsten Schiedsgerichtsplätze in der Welt, wenn es um Handelsschiedsgerichte geht. Und die Schweiz hat auch im politischen Bereich historisch immer mit Schiedsgerichten gearbeitet. Eigentlich seit dem 15. Jahrhundert. Damit das für die Hörer klar ist, ein Schiedsgericht ist eigentlich ein Gericht, das nicht auf den offiziellen Justizkanälen beruht, sondern wo sich zwei Seiten, zum Beispiel im Handelsstreit, freiwillig so ein Richtergremium suchen und sagen, du bist jetzt zuständig für unsere Auseinandersetzung. Ist das richtig? Ganz genau. Man geht nicht zum staatlichen Gericht oder zum internationalen Gericht, sondern man setzt ein Schiedsgericht ein mit Schiedsrichtern, die einfach diesen Fall machen und dann sind sie wieder weg, wenn ein staatliches Gericht dadurch permanent gekennzeichnet ist. Der Vorteil des Schiedsgerichts ist, dass man dort die Leute selber auswählen kann. Das heisst, man kann Spezialisten auswählen in dem betreffenden Gebiet. Wenn sie zum staatlichen Gericht gehen, dann müssen sie die Richter nehmen, die da sind. Und das hat in der Schweiz eine grosse Tradition und deswegen haben die Leute natürlich gleich aufgehorcht, dass es geheissert hat, jetzt kommt ein Schiedsgericht. Und dann haben die Schweizer gesagt, das ist ja wunderbar für uns. Dann ist diese Einseitigkeit weg, dass eben das Gericht der Gegenseite hier über uns entscheidet. Schiedsgericht sind einverstanden, ist perfekt. Nun, der Trick ist eben, dass dieses Schiedsgericht eigentlich gar nichts zu sagen hätte, denn dieses Schiedsgericht müsste in praktisch allen relevanten Fällen den Gerichtshof der Europäischen Union um ein verbindliches Urteil ersuchen. Das heisst, es ist ein Proforma-Schiedsgericht. Man kann auch einen amerikanischen Ausdruck verwendet und sagen, ein Bogusschiedsgericht. Ich habe das von Anfang an gesagt, aber natürlich gibt es dann in der Schweiz viele Leute, die sagen, um Himmels Willen, nein, nein, dieses Schiedsgericht, das hätte da eine Menge zu sagen, das hätte eine Menge ermessen und all das wäre gut für uns. Das ist meines Erachtens eine reine Scheinveranstaltung. Es geht nur darum, zu verdecken, dass effektiv sich da gar nichts geändert hat, dass es effektiv der Gerichtshof der Gegenseite ist, der das Sagen hat. Ja, sprechen wir über diesen Gerichtshof der Gegenseite, den europäischen Gerichtshof EuGH. Das ist ein offizielles Organ, wie es auch in den Statuten quasi in der Verfassung der EU heisst. Das ist ein Organ. In dem Sinn ist es ja richtig, wenn man sagt, das sind fremde Richter, oder? Kann man das so sagen? Der Begriff der fremden Richter ist leider eine Leerformung. Der verwirrt mehr, als er beiträgt. Der Begriff der fremden Richter ist entwickelt worden, um Richter zu stigmatisieren, die nicht aus dem eigenen Land kommen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Schweiz ist Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention und sie ist auch Mitglied des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Die Schweiz hat einen Richter dort. Das ist der SP-Richter Andreas Zünd, ein sehr anerkannter Mann. Und da kann man nicht sagen, es gibt auch noch Richter aus Deutschland, dann frage ich in Italien, ich weiss nicht woher. Und das sind alles fremde Richter. Das ist eigentlich eine Leerformel. Das ist meines Erachtens nicht zielführend. Deswegen vermeide ich den Begriff des fremden Richters. Ich sage, entscheidend ist, ob die Schweiz in einer internationalen Organisation ein Mitglied ist. Wenn sie ein Mitglied ist, dann sind die Richter dieses Gerichts nicht fremd. Dann sind sie ihre eigenen Richter. Ob jetzt in einem Menschenrechtsfall ein Italiener oder ein Tscheche oder ein Bulgarier spielt keine Rolle. Denn dieses Gericht hat nichts gegen die Schweiz. Dieses Gericht ist der Schweiz gegenüber völlig neutral. Hingegen, wenn wir das Gericht der Gegenseite haben, von einer Organisation, bei der die Schweiz nicht Mitglied ist, dann ist das ein nicht-neutrales Gericht. Also die entscheidende Differenzierung ist nicht zwischen fremd oder nicht fremd, sondern ist zwischen neutral oder nicht-neutral. Wenn das Gericht der Gegenseite hier sitzt und in einem Fall die Gegenseite ein grosses Interesse hat, zu gewinnen und die Schweiz hat ein grosses Interesse zu gewinnen, aber nur einer kann gewinnen, so ist eben das Gericht der Gegenseite per Definition nicht neutral. Es ist befangen, es hat ein natürliches Interesse der eigenen Partei zu helfen. Das ist diesem Gericht nicht vorzuwerfen, es ist einfach ein Fakt. Am besten ist der Vergleich mit dem Fussball. Wenn der FC Barcelona gegen Real Madrid spielt, beim Klassico in Spanien, dann kann er nicht den Schiedsrichter mitbringen. Das geht nicht. Ja, das leuchtet ein. Trotzdem fremde Richter. Ich meine, es ist ja doch so, es ist, wir sagen, das Gericht der Gegenseite. Es hocken da keine Schweizer Richter drin. Und interessant ist auch zum Stichwort fremde Richter, dass der frühe Chefunterhändler der Schweiz, Staatssekretär Yves Rossier, einmal selbst gesagt hat, ja, das sind fremde Richter. Er hat das quasi ja wie zugegeben, obwohl er diesen Vertrag ja aushandeln und zu einem guten Ende bringen wollte. Er hat dann noch ein bisschen schnottig, schnell, salopp beigefügt, es gehe auch um fremdes Recht. Wie sehen Sie diesen Punkt? Ja, das ist eigentlich inadäquat gewesen, was der herausgelassen hat. Er ist ein Provokateur gewesen, nicht wahr? Er wollte damit sagen, es ist ja fremdes Recht, was natürlich nicht stimmt, denn es wäre gemeinsames Recht geworden und wollte damit das Recht fertigen. Im Grunde genommen hat er nur die Wahrheit gesagt, was man eigentlich anstrebt im Außendepartement, nämlich, dass man sich dem EuGH hier unterstellt. Aber er hat es auch provokative Weise gesagt und deswegen hat man ihn ja dann auch entlassen. Aber wie gesagt, ich operiere nicht mit dem Begriff des fremden Richters, weil der nur verwirrt. Es geht nur um die Frage, sind wir Mitglied oder nicht? Wir sind nicht Mitglied und folglich ist der EuGH für uns nicht neutral. Es ist natürlich ein griffiger Begriff, aber lassen wir ihn so stehen, Rolle des Schweizer Bundesgerichts. Das ist ja auch eine interessante Frage, ein interessantes Stichwort. Das ist ja überhaupt nicht vorgesehen. Das ist ja unser Höchstgericht. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig, dass das völlig aussen vor ist in dieser wichtigen Frage eben in den Rechtsauslegungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union? Ja, da haben Sie recht. Hier wird auch wieder nicht ganz sauber gespielt. in diesem sogenannten Common Understanding. Das ist dieses Memorandum, was die EU und die Schweiz am 15. Dezember öffentlich gemacht haben. Das ist zwar nicht bindend, aber enthält eigentlich die Punkte, in denen man sich einig ist. Da wird gesagt, ja, das Bundesgericht hat die gleichen Rechte wie bisher. Die Position des Bundesgerichts wird nicht berührt von diesem geplanten Vertragspaket. Das stimmt so nicht. Das Bundesgericht hatte immer das Recht, diese bilateralen Verträge auszulegen. Genauso wie der Europäische Gerichtshof das Recht hatte, diese Verträge auszulegen. Aber das hat nichts mit diesem Abkommen zu tun. Das sorgt aus dem schweizerischen Recht. Internationale Verträge können vom Bundesgericht ausgelegt werden. Daran ändert sich nicht. Aber was sich ändert, ist, dass das Bundesgericht aus diesem Streitbeilegungsverfahren ausgeschlossen wäre. Wenn es also zu einem Konflikt käme zwischen der EU und der Schweiz über die Modalitäten des Arbeitens über die Grenze, dann würde die EU-Kommission das Schiedsgericht anrufen. Das Schiedsgericht würde den EuGH anrufen. Der EuGH würde das entscheiden und das Schiedsgericht würde entsprechend urteilen. Und das Bundesgericht ist aussen vor. Das entspricht nicht dem, was in der Verfassung steht, dass das Bundesgericht das höchste Gericht im Lande ist. Kommt der zweite Punkt hinzu, den Herr Zünd aufgegriffen hat, den ich schon zitiert habe, ist der Schweizer Richter am Menschenrechtsgerichtshof, früher Bundesrichter selber. Er hat gesagt, es könnte ja sein, dass das Bundesgericht eine Rechtsprechung hat, die der Europäischen Union nicht passt. Und dann könnte die Europäische Union einseitig, wie ich gesagt habe, die Schweiz vor dieses sogenannte Schiedsgericht bringen. Das Schiedsgericht geht zum EuGH. Der EuGH sagt, das ist nicht okay, ist nicht konform mit unserem Vertragspaket, womit im Endeffekt der EuGH sich über das Schweizer Bundesgericht stellen würde. Und das wäre in der Tat eine Rechtslage, über die man noch gar nicht gesprochen hat. In der Schweizer Bundesverfassung steht, das höchste Gericht des Landes ist das Bundesgericht. Gilt dann das noch? Oder hätten wir hier auf kaltem Wege die Bundesverfassung durch diesen internationalen Vertrag geändert? Das müsste eigentlich auch noch diskutiert werden. Das halte ich auch für suboptimal, dass man versucht, darüber hinwegzuschreiben. Ja, das wäre natürlich ein ganz wichtiger Punkt, der unbedingt einer politischen Diskussion bedürfte. Sie reden in diesem Zusammenhang Klartext. Dieses institutionelle Abkommen hat man auch Rahmenabkommen genannt. Das wurde, wie gesagt, 2021 beerdigt. Jetzt feiert es irgendwie seine Wiederauferstehung. Jedenfalls versuchen das die politischen Eliten, dass es so weit kommt. Sie sagen jetzt ganz klar, nein, das ist nicht besser, das ist nicht anders als früher. Das Kernproblem mit dem EuGH als letzter Instanz, die absolut autonom, souverän entscheidet, unter Ausschlussebenen des Schweizer Bundesgerichts zum Beispiel. Das nennen sie jetzt Rahmenabkommen 2.0. Also im Kern, wenn man es zusammenfassen kann, muss man sagen, es ist nichts besser, es ist wirklich genau dasselbe. Das Unübel bleibt bestehen. Ja, also ich nenne es Rahmenabkommen 2.0, weil ich denke, dass das die Realität am ehrlichsten beschreibt. Die Befürworter sprechen von dem bilateralen Römisch 3, was eigentlich schon nicht adäquat ist, weil die EU schon gesagt hat, diesen bilateralen Ansatz wollen wir nicht mehr. Und vom bilateralen kann man ja nur sprechen, wenn eine institutionelle Ausgewogenheit besteht. Hier hätten wir ja nur noch einen Pfeiler, nämlich die EU und die Schweiz da angelehnt. Und wenn man bei der Schweiz von einem Pfeiler sprechen will, so wäre es ein Zündholz, was da gegen diesen Pfeiler gelehnt ist, weil ja die Schweizer Institutionen gar nicht zum Zuge kommen. Also haben wir hier eine Situation, wo zwar pro Forman und vielleicht die eine oder andere Neuerung hereinkommt, aber tatsächlich ist es das Rahmenabkommen 2.0. Es ist einfach eine neue Verpackung. Und das, was nun ganz neu sein soll, das ist die Tatsache, dass die Schweizer zwar sagen, ja, ja, wir sehen schon, wenn der EuGH hier entscheidet, dann kriegen wir ein paar vielleicht aufs Dach, wo wir nicht so gerne aufs Dach bekommen möchten. Und deswegen handeln wir jetzt Ausnahmen aus. Das heisst, in den einzelnen Verträgen, wenn es jetzt um das Arbeiten über die Grenze geht, den Lohnschutz, oder wenn es um das Eintreten in die schweizerischen Sozialversicherungen geht, oder wenn es um die Frage geht, inwieweit Beihilfen, die in der Schweiz gezahlt werden, unzulässig sind, da wollen wir in den einzelnen Dossiers Ausnahmen aushandeln. Das heisst, wir behalten das Grundmodell, der EuGH ist zuständig, aber wir handeln dort Ausnahmen aus, wo es uns besonders wehtäte, wenn wir verlieren würden. Und diesen Ausnahmenansatz halte ich für problematisch. Ich habe schon ein bisschen spöttisch gesagt, man sucht jetzt nicht mehr ein Rahmenabkommen, sondern ein Ausnahmenabkommen. Man kann eigentlich die Zukunft im Verhältnis Schweiz-EU nicht auf Ausnahmen abstützen. Man muss die Regel anschauen, und es ist schon ein rechtsphilosophisches Problem. Man kann nicht mit Ausnahmen operieren im Leben. Und die EU liebt auch keine Ausnahmen. Die EU will keine Ausnahmen. Die EU will einen homogenen Binnenmarkt, wo alle denselben Regeln unterstellen. Der Wettbewerb soll in der EU geführt werden mit Leistung, nicht mit regulatorischen Unterschieden. Es gibt den berühmten Satz von dem deutschen Sozialrechtler Ulrich Mückenberger, der schon vor Jahrzehnten gesagt hat, Ausnahmen haben eine Realität zweiter Klasse. Und das ist auch so. Und darauf kann man keine Zukunft aufbauen. Man kann auch Karl Schmitt hier zitieren, den Kronjuristen des Dritten Reiches, der allerdings schon in der Weimarer Zeit eine bedeutende Figur war, der gesagt hat, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand befindet. Ja, wer entscheidet denn nun, ob eine Ausnahme, die die Schweiz ausgehandelt hat, am Ende gilt? Die offizielle Lesart im Bernden ist das. Handeln wir aus. Und das wird wasserdicht reingeschrieben in diese Verträge rein. Und damit sind wir on the safe side. Da kann uns keiner mehr. Der EuGH kann uns nicht. Das ist alles nur Theoretisches. Geplänkel, denn im Endeffekt wird es dann darauf hinauslaufen, wenn in einem Fall umstritten ist, ob eine Ausnahme zur Anwendung kommt, dann wird die Europäische Kommission diesem Schiedsgericht sagen, ihr ruft den EuGH an. Und dann wird dieses Schiedsgericht sich dem Ruf nicht entziehen. Und dann wird der EuGH entscheiden, wo die Grenzen der Ausnahme verlaufen. Das halte ich für einen Ansatz, der vollkommen undurchdacht ist. Es hat die Konsequenz dieser Fehlentscheidung von 2014, dass man sich dem EuGH unterstellen will. Und dass man nicht willens ist, auf diese Fehlentscheidung zurückzukommen. Das heisst, man versucht hier, den Teufel mit dem Belzebub auszutreiben. Ja, das haben Sie sehr eindrücklich geschildert. Jetzt ist es auch so, dass nicht nur Sie das sagen, sondern auch unabhängige internationale Kommentatoren. Ein Beispiel Franklin Döhus, ein Belgier, ehemaliger Richter am Europäischen Gericht, also im Gericht der EU, hat von Judicial Imperialism, also von judiziellem, juristischem, auf das Rechtssystem bezogenen Imperialismus gesprochen. Das ist ja ein starkes Wort. Ja, ich habe keinen internationalen Beobachter gefunden, der diesem Konstrukt, da mit diesem Scheinschiedsgericht irgendwas Positives abgewinnt. Die sagen alle, das ist eigentlich nur dazu da, die Öffentlichkeit zu täuschen und den Leuten vorzugaukeln, dass hier ein objektiver Mechanismus besteht. Es gibt noch viele andere Zitate. Es gibt Holländer, es gibt Italiener, es gibt Österreicher, es gibt einen berühmten Norweger, Mats Andenes, der jetzt seit einem Jahr, mein Partner ist in der Kanzlei, der hat gesagt, das ist der EWR des armen Mannes, was hier gemacht wird, der Poor Man's EA, nicht wahr? Also die Leute lachen alle nur, wenn man mit ihnen spricht. Und ich habe sehr viele Freunde am Europäischen Gerichtshof, das war mein Schwestergerichtshof, oder wollen wir mal sagen, wir waren deren Schwestergerichtshof. Ich habe die ja jeden Tag gesehen. Ich lebe in Luxemburg, ich kenne die Leute, die lachen nur, wenn man über dieses Schiedsgerichtsmodell spricht, nicht wahr? Und sagen, ja, wenn ihr das wollt, wenn die Schweizer das wollen, dann soll es uns recht sein. Das ist ja merkwürdiger. Da muss ich schon fragen, was wir eigentlich in der Schweiz für eine Regierung haben, dass die das so nicht sieht. Jetzt gibt es ja aber auch konkrete Fälle schon, wenn jetzt mal sagen, Sie haben festgestellt, der EuGH kann nicht neutral sein, quasi per Definition, weil er eben das Gericht der Gegenseite in einem konkreten Juristenstreitfall sei. Jetzt hat es ja schon solche Periodizfälle gegeben. Ein Beispiel ist der Fluglärmstreit zwischen der Schweiz und der EU. Wie ist das damals ausgegangen? Ja, es gibt natürlich grundsätzlich keine Periodizien, weil das ja neu ist. Es gibt aber ein kleines Abkommen, das ist das Luftverkehrsabkommen zwischen der Schweiz und der EU. Da hat die EU schon vor Jahrzehnten darauf bestanden, dass die Kommission und der EuGH zuständig werden. Damals haben die Schweizer gesagt, ja, hier geht es ja nur um 15 juristische Personen, also 15 Fluggesellschaften in der Schweiz. Das ist nicht so schlimm, dem stimmen wir zu. Und da ist nun zu diesem berühmten Zürcher Flughafen-Lärmstreit gekommen. Die Süddeutschen, irgendwelche Politiker in Walzut, die haben sich darüber beschwert, dass von den vielen Anflügern und Starts vom Flughafen Zürich eben ein enormer Lärm in Süddeutschland entstehe. und sind da vorstellig geworden bei der Regierung in Berlin. Und die Regierung in Berlin hat dann eine einseitige Verordnung erlassen, um diese Flüge einzuschränken. Und das wurde von der Europäischen Kommission, die zuständig war, gut geheissen. Und dagegen hat die Schweiz geklagt, musste vor dem EuGH klagen, weil das so vorgesehen war, also ähnlich, wie es jetzt in der Zukunft generell wäre. und da hat der EuGH zunächst einmal die Schweiz gedemütigt, indem er gesagt hat, ihr dürft nicht direkt bei uns klagen, ihr müsst zuerst zum Gericht gehen. Das Gericht ist die untere Instanz in der Europäischen Union, obwohl das Gericht in dem Luftverkehrsabkommen gar nicht erwähnt ist. Also zuerst einmal hat man ihnen ein paar hinter die Ohren gegeben und gesagt, ihr habt ja schon falsch geklagt, da sieht man schon ganz schlecht aus als Kläger. Da ist die Schweiz zum Gericht gegangen, da hat sie verloren, dann ist sie zum EuGH gegangen und da hat sie auch verloren. Und der entscheidende Punkt war, in diesen Fällen, dass wir diese Situation, dass die Bevölkerung unter Fluglärm leidet, ja nicht nur in Zürich und Umgebung haben, sondern auch in Frankfurt und Umgebung und in München und Umgebung, um nur zwei Beispiele zu nennen und dann hat die Schweizer Regierung hier plädiert, ich kenne den Anwalt Gute, der den Fall gemacht hat, ja das ist doch diskriminierend, nicht wahr, warum sollen die Zürcher hier nun diese Flugbewegungen einschränken müssen und die ganzen Anflüge und Starts über Schweizer Gebiet machen, wo dann die Bevölkerung noch mehr leidet unter dem Fluglärm, während die Leute in Oberbayern und die Leute in Hessen, die sind dem EuGH egal und das hat den EuGH nicht gekümmert, das heisst, die Leute in Süddeutschland waren stärker geschützt gegen Fluglärm als die Leute in der Schweiz und in Hessen und in Oberbayern. Das ist noch eine Diskriminierung, aber das hat den EuGH nicht gehindert, so zu entscheiden. Also das wäre vielleicht ein kleiner Vorgeschmack, wie es gehen könnte, wenn man dem zustimmen würde. Ja, das ist interessant, an diesem Beispiel kann man es auch schauen und eben vermutlich würde es dann in Dimensionen noch viel grösser werden in Zukunft, weil eben noch viel mehr auf dem Spiel steht. Jetzt ein weiterer Punkt, Sie haben es ganz kurz in einem Beisatz angesprochen, die sogenannten staatlichen Beihilfen. Dieses Abkommen hätte ja auch grosse Auswirkungen auf die Schweizer Kantone. Der Föderalismus ist bei uns sehr gross geschrieben. Ja, das Staatsprinzip der Schweiz ist auf diesem Subsidiaritätsprinzip aufgebaut, das heisst, die Entscheide werden möglichst auf unterster Ebene getroffen, nicht eben zentralistisch nach oben delegiert, dort, wo es die Leute auch betrifft. Jetzt die Kantone mit diesen staatlichen Beihilfen, die sind ja da recht aktiv, Stichwort Kantonalbanken, die in Staatsbesitz sind. Es gibt auch staatliche Stromkonzerne und so weiter. Inwiefern werden denn die jetzt von einem solchen Abkommen betroffen? Ja, da versucht man jetzt ein bisschen die Dinge zurückzuhalten, sodass jetzt in unmittelbarer Zukunft die Beihilfe der Kantone nicht betroffen wären, aber in the long run würden die natürlich auch drankommen, das ist völlig klar. Die Rolle der Kantone in diesem ganzen Dossier ist leider eine sehr unglückliche. Ich meine, an sich ist es ja die Meinung in der Schweizer Bundesverfassung, dass die Kantone sich zu Wort melden über den Ständerat. Die Kantone haben ja eine ganze zweite Kammer, die im Gegensatz zum Deutschen Bundesrat vollkommen gleichberechtigt ist mit der Ersten Kammer, mit dem Nationalrat. Aber man hat nun auch noch diese sogenannte Konferenz der Kantonsregierungen gegründet vor 30 Jahren, wo irgendwelche Regierungsräte sitzen und wo ein Funktionär tätig ist, der nun hier offenbar die Meinungen macht. Und diese Konferenz der Kantone, die ist also dabei, sich da ein Eigentor zu schießen, die haben gesagt, es ist ein wunderbares Abkommen, da sind wir einverstanden und haben eigentlich schon im Voraus den Bundesrat aufgefordert, hier überall zuzustimmen. Für den Föderalismus in der Schweiz wäre dieses Abkommen dann natürlich ein schwerer Schlag. Vielleicht kommt man noch zur Besinnung, nicht wahr, und pfeift diesen Herrn zurück, der da sehr selbstherrtlich schaltet und waltet und der auch jedem gegenüber, der hier ein kritisches Wort sagt und die Keule herausholt und ihn herunterhackt. Warum lächst du in der Zeitung einen Bericht darüber, wie selbstherrlich der funktioniert? Ich halte das für ganz ungut, wie die Kantone bisher die Sache angegangen sind, aber vielleicht kommt man hier auch noch zur Besinnung. Ich habe das Gefühl, dass die Kantonsregierungen sehr stark unter dem Einfluss der Exportindustrie stehen. Die Industrie- und Handelskammern sagen, wir brauchen dieses Abkommen, gut, 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 und Souveränität verstehen wir eh nicht, wir verstehen nur, ob es in der Kasse klingelt. Das ist das alte Vorurteil über die Schweiz. Ein weiter kritischer Punkt sind auch die Zahlungen. Man spricht von Hunderten Millionen jährlich, die die Schweiz an die EU bezahlen müsste. Eine Art Eintrittsgebühr, wie kommt es überhaupt dazu, dass man, wenn man da einen gegenseitigen Vertrag abschließt, eine Seite bezahlen muss, ist die Schweiz dann ein tributpflichtiger Vassal Brüssels? In der Zwischenzeit wäre es nicht mehr nur eine Eintrittsgebühr, sondern eine Mitgliedsgebühr, ein Vereinsbeitrag, weil man immer wieder zahlen muss, immer wieder. Historisch geht das zurück auf den EWR. Als der EWR verhandelt worden ist, da hat die Europäische Union gesagt, ihr kommt in so einen riesigen Binnenmarkt, ihr habt so riesige Vorteile von diesem Binnenmarkt, dass ihr euch auch ein bisschen beteiligen müsst, hier an den Kosten. Wir haben ein grosses Wirtschafts- und Sozialgefälle zwischen West und Ost, also im Osten diese damals neuen Mitgliedstaaten und denen müsst ihr Geld geben. Da haben dann die EFTA-Staaten gesagt, ja, wenn sonst das Abkommen zu unserer Zufriedenheit ausfällt, so sind wir einverstanden. Nun, die EFTA-Staaten haben natürlich einen enormen Vorteil der Schweiz gegenüber, die haben nämlich eine eigene Überwachungsbehörde und einen eigenen Gerichtshof. Da war ich ja 15 Jahre Präsident dieses EFTA-Gerichtshofs, eben nicht als Schweizer, sondern on behalf of the Principality of Lichtenstein, also aus der Lichtenstein-Scherichte. Und die Schweizer müssten nun hier gleich viel bezahlen, wie die EFTA-Staaten, obwohl sie noch das Gericht der Gegenseite anerkennen müssen. Schon da ist natürlich eine Ungleichbehandlung, die sie natürlich selber eingebrockt haben, aber das ist die Forderung der EU, das müsste bezahlt werden jedes Jahr, darüber spricht man in Bern nicht so gern, man sagt ja so quasi, das zahlen wir aus der Portokasse, aber es sind schon erhebliche Beträge. Vor allem, wenn man sich vorstellt, dass man die anderen Vorteile, welche die EFTA-Staaten, die im EWR sind, Norwegen, Island, Lichtenstein haben, nicht hat. Und hier habe ich nun auch deutlich gemacht, dass es noch ganz andere Zusammenhänge gibt, die man in der Schweiz gar nicht diskutiert hat. Norwegen zum Beispiel zahlt sehr viel, die haben noch andere Vorteile. Dadurch, dass es im EWR ein sehr viel ausgeklügelteres Klagesystem gibt, haben die dann viele Fälle von dem EFTA-Gerichtshof, in denen sie Unterstützung suchen. Und dann schauen sie, wo zahlen wir eine Menge Geld. Wir zahlen zum Beispiel eine Menge an Polen oder wir zahlen an Ungarn oder wir zahlen an Bulgarien. Und wenn sie dann ein Verfahren haben, dann rufen sie dort in den Hauptstädten an und sagen, wir wären dankbar, wenn ihr uns in diesem Prozess, wo es um etwas ganz anderes geht, meinetwegen um die Modalitäten des norwegischen Alkoholmonopols, wenn ihr uns in dem Prozess unterstützen würdet. Und dann kommen diese Regierungen und dann treten die schon zu viert dann im Verfahren. Das gibt ihnen eine grössere Macht. Nachdem ein Gerichtsverfahren sind keine rein objektiven Abläufe. Da kann man Einfluss nehmen. Die Schweiz mit ihrem Streitbeindringungsverfahren hätte da schlechte Karten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nun irgendein osteuropäischer Staat gegen die eigene EU-Kommission in einem solchen Verfahren sich auf der Seite der Schweiz beteiligen würde. Das heisst insgesamt, die Schweiz würde gleich viel zahlen wie die EWR EFTA-Staaten und sie hätte nicht das Vorteil aus diesem ganzen Konstrukt. Es zeigt auch hier, was ich immer gesagt habe, diese ganze Übung Rahmenabkommen ist Bricolage. Bricolage ist ein Ausdruck, der das Zusammenbasteln von Elementen beschreibt, die unter Umständen nicht zusammenpassen und hier passt es einfach nicht. Ein weiterer kritischer Punkt sind die sogenannten Ausgleichsmassnahmen, das ist quasi EU-Beamten-Schönsprech für Strafen und Sanktionen, wenn die Schweiz nicht spurt. Wie sehen Sie das? Was ist da genau vorgesehen? Ja, das finde ich nun nicht so, was ausserordentliches wieder zum Teil getan wird. Das ist einfach so, auch es wäre ja ein theoretischer Römer wie er so, wer also nun verloren hat und das wird eigentlich umsetzt, der muss ja irgendwo etwas spüren, das ist ja im normalen Prozess auch so. Man kann ja nicht einfach Urteile missachten, wenn man verloren hat und da ist vorgesehen, dass dann eben die Gegenseite, die EU, gewisse Ausgleichsmassnahmen treffen kann, um da wieder ein Level-Playing-Field herzustellen. Das halte ich nicht für so skandalös. Ich muss ein bisschen insistieren, ich sehe es ein bisschen kritisch, hat sicher auch Auswirkungen auf die Schweiz, direkte Demokratie. Stellen Sie sich vor, es kommt etwas zur Volksabstimmung und da kann man natürlich immer, wenn man quasi dann auf der gewissen Seite steht, immer sagen, ja Achtung, wenn ihr dann so abstimmt, das wird dann der EU nicht gefallen, ihr müsstet dann diese und diese noch nicht nicht bekannten Ausgleichsmassnahmen über euch ergehen lassen, also es ist ja kein wirklich freier, demokratischer Prozess mehr, das kann man auch nicht ausser Acht lassen. Ja, das stimmt schon, was Sie sagen, aber das muss man sich halt überlegen und abwägen in der Schweiz, ob es das wert ist, ob der Zugang zum Binnenmarkt es wert ist, dass hier die Demokratie ein bisschen leidet, das stimmt schon, was Sie sagen, aber das ist nicht so sehr das Problem der EU. Wenn die Schweiz zum Ergebnis kommt, das ist für uns von lebenswichtiger Bedeutung, dieser ungehinderte Zugang zum Binnenmarkt, so könnte man mit diesen Ausgleichsmassnahmen meines Erachtens leben. Das ist also nun nicht das Schlimmste von dem Ganzen, wenn man eine Gesamtbilanz zieht. Sie kritisieren, das ist ein nächster Punkt, auch die Informationspolitik der Behörden, also zum Beispiel des Schweizerischen Aussendepartements. Sie sprechen da recht deutlich von Bullshit, was Sie da erzählen würden übertreiben Sie da nicht ein bisschen und wie kommen Sie zu dieser Einschätzung? Also Bullshit ist in der Zwischenzeit ein moralphilosophischer Begriff, der ist von einem berühmten Amerikaner definiert worden, von Professor Frankfurt, früher Yale, dann Princeton, der letztes Jahr verstorben ist, hochbetagt und Harry G. Frankfurt hat Bullshit in einem ganz berühmten kleinen Büchlein umschrieben, das können Sie kaufen für wenig Geld, on Bullshit, er hat geschrieben, Bullshit is talk which is trying to persuade without regard to truth. Das ist Gerede, was überzeugen will, unabhängig von der Wahrheit. und er unterscheidet dann Bullshit von Lügen, indem er sagt, der Lügner will die Wahrheit verdecken, während dem Bullshitter ist die Wahrheit egal. Und diesen Begriff des Bullshits, den habe ich aufgegriffen, schon in einem Buch vor fünf Jahren und habe gesagt, was das EDA zum Teil rauslässt im Zusammenhang mit diesem Abkommen, auch was es rausgelassen hat über meinen ehemaligen Gerichtshof, den EFTA Gerichtshof, das ist Bullshit. Und das habe ich auch belegt, im Einzelnen, was da behauptet worden ist, zum Beispiel 2013, dieser bereits genannte Herr Rossier hat steif und fest behauptet, wenn die Schweiz jetzt den EuGH hier anerkennt, so kann der EuGH uns nicht verurteilen, er kann nur ein Gutachten erstatten. Da hat der damalige Präsident des EuGH, den ich sehr gut gekannt habe, hat in einem Interview im Tagesanzeige gesagt, das stimmt nicht, natürlich würden wir ein verbindliches Urteil erlassen, das hat Herrn Rossier nicht gehindert, am nächsten Tag dasselbe zu sagen und sein vorgesetzter Burkhalter der Bundesrat hat es wiederholt. Solche offensichtigen Bullshit-Behauptungen hat man zuhau aufgestellt. Das ist mein einer Kritikpunkt. Der andere Kritikpunkt ist der, das habe ich auch bei der Kommission des Nationalrates für Wirtschaft und Abgaben ausgeführt letzte Woche, Man geht sogar noch über das reine Bullshitten hinaus und sorgt proaktiv dafür, dass hier irreführende Ausgaben gemacht werden. Auf der Webseite des EDA ist ein Diagramm, wo diese neuen Verträge, dieser sogenannte Paketansatz aufgeführt ist und da steht alles drauf, die verschiedenen Verträge stehen drauf, die Zahlungen, die die Schweiz leisten müsste stehen drauf und so weiter. Nur das Essentielle haben sie weggelassen. Es steht nämlich kein Wort von der Kommission, es steht kein Wort von diesem sogenannten Schiedsgericht, es steht kein Wort vom EuGH und das ist noch mehr als Bullshit, das ist aktives Täuschen und nachdem ich vor Jahrzehnten einen riesigen Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb geschrieben habe, 1300 Seiten, würde ich mir heute nicht mehr antun. Da verstehe ich auch ein bisschen was vom UWG, nicht wahr? Im Geschäftsleben wäre das unlauterer Wettbewerb, das kann doch nicht sein, dass unsere Regierung, die verpflichtet ist, die Bürger so objektiv wie möglich aufzuklären, so was ins Internet stellt. Ja, also Behördenpropaganda könnte man das auch nennen, wenn ihr ein Zwischenfazit in Gestalt einer Frage ziehen, wäre aus ihrer Optik die Schweiz überhaupt noch ein souveräner Staat, wenn sie ein solches institutionelles Rahmenabkommen 2.0 unterschreiben würde? Ja, der Begriff des souveränen Staates müsste zunächst definiert werden, aber es wäre natürlich ein erheblicher Verlust an Souveränität, völlig klar. Was man nicht so richtig versteht in der Schweiz, ist eben, dass dieser Europäische Gerichtshof ein Gericht ist mit einem Anspruch und auch einer effektiven Macht, der sich nur mit einem anderen Gericht auf der Welt vergleichen lässt. Und da tun sie auch, das ist der US Supreme Court. Sie betrachten sich als auf Augenhöhe mit dem US Supreme Court. Da gibt es auch regelmässigen Austausch, man besucht sich gegenseitig, die kommen nach Luxemburg aus Washington D.C. und die Luxemburger gehen da hin. Ich hatte auch die Ehre, an solchen Gipfeltreffen wenigstens zu Halbwegs teilzunehmen als EFTA Gerichtshofs Präsident und weil ich auch diese amerikanische Vergangenheit habe. Ich war ja 13 Jahre Gastprofessor an der University of Texas und da sind natürlich Vorstellungen vorhanden davon, wie man die künftige Entwicklung Europas mitgestaltet. Das geht weit darüber hinaus, was ein durchschnittlicher Schweizer sich vorstellt, darüber, wie ein Gerichtshof agiert. Ganz klar, wenn man dieses Abkommen unterzeichnen würde und es durch die Volksabstimmung durchginge, was ja auch noch Fragen aufwirft, da wäre das natürlich eine enorme Einbusse an Souveränität. Jetzt fragt man sich, bei all dem Kritischen, das Sie davor gebracht haben gegen einen solchen Vertrag, gegen die Unterzeichnung eines solchen Rahmenabkommens 2.0. Was sind denn da die Motive der Schweiz, wenn man dermassen viele Einbußen in Kauf nehmen müsste? Also meine These ist immer gewesen, es geht darum, einen Point of No Return auf den Weg zur EU-Mitgliedschaft zu setzen. Der Begriff des Point of No Return kommt aus der Fliegerei. Wenn man mit dem Flugzeug irgendwo gestartet ist, dann kommt man an einen Punkt, wo man nicht mehr zurückfliegen kann, wo man also weiterfliegen kann, muss zum Zielflughafen, weil man schon so viel Kerosin verbraucht hat, dass man nicht mehr zurückfliegen kann. Und das ist meines Erachtens politisch der Hintergrund dieses ganzen Abkommens. Man will Zustände schaffen, wo man dann in einem nächsten Schritt sagen kann, jetzt sind wir schon soweit, puncto EU-Mitgliedschaft, jetzt machen wir den letzten Schritt auch noch und treten auch formell bei. Nun gibt es einen Bericht des Bundesrates vom Juni letzten Jahres, der nennt sich Lagebeurteilung. Und diese Lagebeurteilung hat man nun zum ersten Mal seit 1992 dem offiziellen Ziel des EU-Beitritts abgeschworen. Aber wenn Sie diese Seiten lesen, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen, die sind meines Erachtens nicht glaubwürdig. Das sind so hohle Sprüche darüber, dass die EU zu zentralistisch sei und dass die EU von ihrer Struktur her mit dem Schweizer Staatsabbau nicht vereinbar sei. Meines Erachtens sind das eigentlich Äusserungen, die, wenn das Rahmenabkommen käme, das Rahmenabkommen 2.0, dann würde man natürlich sagen, nein, nein, jetzt neue Situation, jetzt streben wir den Beitritt an. Das ist für mich die einzige vernünftige Erklärung. Alles andere liefe ja praktisch auf Masochismus hinaus. Und so dumm ist man dann doch nicht. Ein spannender Punkt lassen wir mal so stehen. Vielleicht ganz zum Schluss noch, Sie haben ein Leben lang sich mit der Juristerei beschäftigt, Sie haben es gesagt, Sie waren Präsident des EFTA-Gerichtshofs, Sie hatten verschiedene Professuren inne, unter anderem waren Sie auch lange an der Universität St. Gallen, an der HSG, einer sehr renommierten Institution in der Schweiz. Wenn wir ganz zu den Anfängen zurückgehen, was hat Sie eigentlich zur Rechtswissenschaft gezogen und wohin besteht deren Faszinosum für Sie bis heute? Also zur Rechtswissenschaft bin ich gekommen durch negative Selektion, weil ich gefunden habe, alle anderen Fächer, die sprechen mich noch weniger an als Juristerei und dann habe ich mich da eingeschrieben bei der Juristerei. Was mich fasziniert an der Rechtswissenschaft, das ist die Kunst des Argumentierens, die man da entwickeln kann. Das geht eigentlich nicht um Logik. Viele Leute umschreiben Rechtswissenschaft als logisches Fach. Es ist nicht ein logisches Fach, sondern es ist ein topisches Fach und Topos ist ein Begriff für ein Argument, für einen Gesichtspunkt, den man einbringt in die Diskussion. Und das sehe ich jetzt, wo ich in einer privaten Lawfirm, in der ersten schweizerisch- norwegischen Lawfirm- Partner bin, in grossen Fällen geht es eigentlich nicht um dieses juristische Kleingemüse, also um diese juristischen Argumentationen und Tricks, sondern es geht um grosse Zusammenhänge, es geht um allgemeine Rechtsprinzipien, es geht um Gerechtigkeit im weitesten Sinn und es geht um ökonomische Effizienz. Man muss ja auch Lösungen finden, die ökonomisch effizient sind und die im Einzelfall den Parteien eben auch Gerechtigkeit bringen und dann muss man auch immer daran denken, dass man, wenn man Juristerei nun so betreibt, wie ich es habe betreiben können, als Richter insbesondere, dass man auch ein bisschen die Vorgänge in einem Staat mitlenkt. Die Justiz ist ja, wie die Amerikaner es nennen, eine Branche der Regierung, a branch of government und da muss man auch ein bisschen immer daran denken, dass ein Urteil in einem Prozess von einer gewissen Grösse eben nicht nur auf die Parteien im Fall Auswirkungen hat, sondern auch auf das Gesamtsystem und dieses Gesamtsystem mitdenken, das hat mich eigentlich immer fasziniert. Insofern habe ich auch immer die Auffassung gehabt, dass die strikte Differenzierung zwischen Justiz und Politik gar nicht der Realität entspricht. Ja, ein sehr interessanter Punkt und wir sind froh, dass diese Negativselektion sie dann in die Jurisprudenz getrieben hat. Wenn man sieht, was sie da für eine Karriere hingelegt haben, dann war das sicher keine schlechte Wahl. Damit sind wir am Schluss dieser Sendung angelangt. Herr Professor Baudenbacher, vielen Dank für den Besuch bei uns und auch für ihre fundierten Einsichten. Ich bedanke mich, Herr Dr. Gut, hat mir sehr große Freude gemacht. Das freut uns. Ich hoffe, dass es auch unseren Zuhörern ebenfalls Spass gemacht hat und dass sie etwas mitnehmen konnten. In diesem Sinn auch Ihnen, liebe Zuhörer, danke für die geschätzte Aufmerksamkeit. Mein Name ist Dr. Philipp Gut. Sie hörten hier eine Schweizer Zeitsendung bei Kontrafunk. Es würde mich freuen, wenn Sie auch unser 14-täglich erscheinendes Schweizer Zeitsmagazin mal zur Hand nehmen und darin lesen würden. Es steht unter dem Motto Ja zur Schweiz und bietet ein, wie ich finde, inspirierendes bürgerlich-konservatives Gegenprogramm zum linksdrehenden Mainstream. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, auf Wiederhören und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind.